Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes anziehen. Die Leute brauchen einen Helden, Chief. Gebt ihnen Hoffnung. Also lächeln. Okay? Okay, solange wir noch was zum Lachen haben. Also lächeln. Schale hier, schauze Gott, schauze Gott. Schauze Gott, schauze Gott, schauze Gott. Das ist ja ein richtiger Auflauf. Wenn Sie mich auf Knien sehen wollen, muss ich Sie enttäuschen. Sind Sie sicher? Meine Herren, wie schön, dass Sie zurück sind. Sprechen Sie, Cortana. Es rührt sich was, Sir, nahe Io. Untersuchungen laufen schon. Tut mir leid, aber wir müssen hier Druck machen. Sieht gut aus. Vielen Dank. Sergeant Major, das Kreuz der Kolonien wird für großen Wagemut und Hingabe verliehen. An einen Soldaten des United Earth Space Corps. Das nenne ich absolute Ketzerei. Er soll für alle, die unsarig ansprechen wollen, ein Backspiel sein. Commander Miranda Keyes. Ihr Vater handelte stets im Einklang mit den höchsten Traditionen des Militärdienstes. Seine beispiellose und große Tapferkeit hat ihm und der UNSC höchste Ehre gemacht. Die Navy hat einen der Besten verloren. Raumrisse voraus, direkt vor unserem Kampfarbeiten. Zeigen Sie. 15 Allianz Schlachtschiffe halten die Position außerhalb der Todeszone. Hier spricht Flottenadmiral Harper. Wir gehen zum Angriff über. Negativ, Admiral. Bilden Sie eine Verteidigungsstellung um den Verband. Commander, gehen Sie an Bord und stoßen Sie zur Flotte. Ja, Sir. Sie gehen ans Mapgeschütz, Cortana. Sobald Sie in Reichweite kommen, Feuer frei. Mit Vergnügen. Irgendwas stimmt nicht. Die Flotte, die Reach zerstörte, war 50 Mal so groß. Sir, noch mehr von denen. Enter-Schiffe, eine Riesenmenge. Sie wollen unsere Mapgeschütze ausschalten, damit Ihre Schlachtschiffe die Erde angreifen können. Master Chief, Station verteidigen. Ja, Sir. Ich brauche eine Waffe. Gleich hier. Hallo, willkommen, Sir Show. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Drucktüren dicht machen. Der sieht sogar zäher aus. Schrauben, Schränke öffnen. Hier läuft's bei euch, Malta. Bereithalten. Die sind eingeklinkt. Gut zielen und auf Gegenfeuer achten. Die sind in Standardformation. Die kleinen Bastale vorn, die großen hinten. Viel Glück, Cairo. Feuer auf dieses Shot. Sobald diese Tür aufgeht, zeigt sie ihnen. Auf geht's, wenn wir Krieger sind. Jetzt sind wir Krieger. So. Die Strecke sind in den Abitur. Was ist passiert? Was ist passiert? Willkommen über! Lass Sie ruhig Zeit! Ich habe sonst nichts vor! Vorsicht, Aufmerksamkeit! 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 Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? Kommen! Ich glaube es nicht! Die ziehen sich zurück! Wir haben gewonnen! Hey, das ist übel! Wirklich übel! Nicht so einfach, wie du gedacht hast! Hau dann hier um! Nein! Feind entdecken! Hier ist weiter! Nein! Hau dann! Hau dann! Oh Also, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Die Allianz, da war sie auf der Hand und die Fluchtbewerke. Die Allianz müssen hierherlaufen. Die Allianz müssen hierherlaufen. Was ist das? Die Allianz müssen hierherlaufen. Die Allianz müssen hierherlaufen. Die Allianz müssen dann hierherlaufen. Oh! Ich bin der Mann, ich bin der Mann! Die Feuer sind zum Abikadeten. Die Feuer sind zum Abikadeten. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Danke, Chief. Ich schulde Ihnen was. Nein, ich schulde Sie hin! Ich schulde Sie. Wie entkommst du nicht? Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Chief, finden Sie die Bombe. Im Laufschritt. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuze vor. Schaltet sie nacheinander aus. Schweizer Echelon, kümmert euch um die Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, zwei Sturmträger. Jetzt wird's laufen. Alarm, ein Eindringlinge in die Bank von Krochenjong. Alarm, ein Eindringlinge in die Bank von Krochenjong. Allemann, ein Eindringlinge in die Bank von Krochenjong. Allemann, ein Eindringlinge in die Bank von Krochenjong. Das war nicht gut. Hey, die Geist, noch einmal gut. Die Geist, noch einmal gut. Dersch, noch einmal gut. Untertitelung im Auftrag des ZDF Schief. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert an. Folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malte in Richtung Erde durchbrochen. Untertitelung. BR 2021 Die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas auslenken müssen. Ich muss in Ihren Kopf. Jetzt! Wie viel Zeit hatten wir noch? Fragen Sie mich lieber nicht. Kairo, hier ist die In-Amber-Clad. Transporter-Schild ausgefallen. Bin in Position. Bereit für sofortigen Angriff. Negativ, Commander. Nicht bei einem Schiff dieser Größe. Und nicht allein. Sir, Erlaubnis, die Position zu verlassen. Zu welchem Zweck, Master Chief? Um der Allianz die Bombe zurückzugeben. Erlaubnis erteilt. Ich weiß, was Sie denken. Das ist verrückt. Gut. Bleiben Sie hier. Leider muss ich Ihnen sagen, ich mag Verrückte. Nur noch eine Frage. Was, wenn Sie scheitern? Wehrt dich nicht. Und das ist nichts. Sie müssen uns aus platesen. Machen. Wir schützen uns auf die Branche. Wir strüllen Sie mit einer Schiff von einem Schiff von einem Schiff von! Wie haben Sie sich da? Das ist richtig. Sie müssen die Rolle unterhalten, nicht nur darum gehen. Die Rolle der Arten. Musik Für einen Stein fliegt er ziemlich gut Chief, rein da, fertig machen Der Kampf geht auf dem Planeten weiter Musik 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Bedauern. 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 Spannend. Und was bedeutet das? Liebe Menschheit, wir bedauern, Alien-Bastarde zu sein. Wir bedauern, dass wir hier sind. Und wir bedauern, dass das Korps gerade unsere miese Flotte pulverisiert hat. Ruhe! Bedauern ist ein Name, Sergeant. Der Name eines geistigen Führers der Allianz, eines Propheten. Er ist auf diesen Transporter und er bittet um Hilfe. Achtung, Raster Kilo 2-3 ist heiß im Fehlerabbruch der Mission. Ratter, Ende. Sie sind dran, Sarge. Dann mal los. Bereit machen, Marines! Master Chief, Transporter entern, um den Propheten des Bedauern zu holen. Das ist die einzige Stelle, an der die Allianz zu landen plant. Der Prophet wird uns sagen, warum. Hey! Chief, los doch! Wir vergeuden Zeit! Schüttel das ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Ja, also, wenn ich schieße, bin ich auf der... Au! Planate! Sicher dieses Gebiet! Weiter aufpassen! War das alles, ne? Entschuldigung, aufrufen! Ich würde mich auch von mir verstecken. Jetzt wissen die mit Sicherheit, was wir hier sind. Yep, da kommen sie. Da ganz oben! Vielleicht haben sie ein Käse. Nein, ich wusste doch, du hast es drauf. Weiter auf der Straße! Links! Die Erde sind... Hey! Ich denke, ich kaufe... Hey! Ich bin POWER! Da sind Schakane im Hof. Hey, wenn du mehr willst, jederzeit. Du weißt, wo du mich findest, Kumpel. Geist, Kalle, die von Meditation. Noch bist du kein Mann! Der Währung ist hier. Jetzt ist die Nex! Ausgezeichnet, Chief! Klasse gemacht, Amigo! Das ist nicht am Echtrad! Augen auf! Der Phantom ist zurück! Der Phantom ist zurück! Der Phantom ist zurück! Groß für den Innenhof, Sergeant! Ich sehe eine brauchbare LZ auf der anderen Seite dieser Gebäude! Dort treffen wir uns! Over! Verstanden! Sprengladung am Tor anbringen! Der Phantom ist zurück! 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 Was ist das? Feierlich! Weiter den Ruhmeln! Achtung! Kein Schweine! Der Ruhmeln! Der Ruhmeln! Ert von der Ruhmeln! Ert von der Ruhmeln! Der Ruhmeln! Der Ruhmeln! Der Ruhmeln! Wie geht es in demselben Tisch? Wollt ihr vor? Ich hab doch einen Feindkontakt. Hey, zählt jemand mit? Solltet ihr kleinen Wieslinge nicht schlafen? André! Chief, gut, dass Sie kommen konnten. Die Absturzstelle ist jenseits dieses Hotels, Chief. Hier wimmelt es von Allianz. Folgen Sie mir! Bunten bleiben! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Hey, gib Gas, Dumpel! Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Ah, dem hab ich's besorgt! Ja, ja, weiter so! Hey, da ist noch einer! Sieh... Au! 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 Komm raus, old camp! Ah! 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 Nuh! Au! Aufpassen! Ah! Ah! Ei! Au! Ah! Au! Sieg auf der ganzen Bleibier, baby! Sieg aneisen! Sieg aneisen! Sieg aneisen! Sieg aneisen! Ha! Na los, Rock'n'Roll-Kumpel, die Show kann beginnen! Noch einmal auf mein Konto, ja! 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 Hurra! Ja! Hey, das ist mein Konto! Das kann ich nicht von mir verstecken! Juhu! Ich bin ein Konto, ja! Ich bin ein Konto, ja! Ich bin ein Konto, ja! Hier ist mein Konto, ja! Da laust mich doch da up! Ich muss vereinst warten! Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet, die nehmen Kurs auf uns. Scheint ausgeschaltet! Auf! 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 Eins! Auf! Auf! Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten, trotzdem besser als schwimmen. Aufpassen, Ghost! Je mehr, desto lustiger, Sir! Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hierbei nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum wir mit so einer kleinen Flotte kommen. Ich bin drin. Nehmen Sie das, Steuer, Sir. Ich sollte wirklich anfangen zu zählen. Ich habe die Kriterrolle dran gemacht. x Bis zum nächsten Mal. Die Allianz wird sich noch umhören. Zur Hölle, yeah! Okay, ich hau ab. Da hast du ein Problem. Die Allianz wird sich noch umhören. 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 Eben! Kaliber 50, Raketen, nichts passiert. Wo ist der Rest ihres Platoons? Erledigt, Sarge. Sind wir bald auch, Sir, wenn wir hier nicht verschwinden. Verletzt, Marine? Nein, Sir. Dann hören Sie zu! Der Chief wird den Panzer nehmen, die Brücke überqueren und jeden in die Luft jagen, der dumm genug ist, sich zwischen ihn und den Propheten zu stellen. Reißen Sie sich zusammen, denn Sie gehen mit ihm! Was ist mit diesem Kerl? Wir haben das doch durchgespielt! Sie sind tough, aber nicht unbesiegbar! Haltet euch beim Master Chief. Er weiß, was zu tun ist. Yes, Sir, Sergeant. Danke für den Panzer. Mir bringt er ja nie was mit. Oh, ich weiß doch, was Damen mögen. Ich bin drin! Auf geht's! Ich bin drin! Auf geht's! Ich bin drin! Geh! Aufpacken! Überraschung, überraschung! Okay. Das war nicht mehr. Aufpacken! 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 Jetzt habt ihr Angst vor uns! Vorsicht! Ich glaube, wir brauchen ein Zettel. Bleib um den Zettel, okay? Da geht's! Oh, mein! Hast du einen Zaubertrag, oder was? Was ist das? 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 Were zweit das? Als sie verstärkungen forderte, dachte ich nicht an einen Spaten. Wir steckten in Schwierigkeiten. Das Ding fängt wirklich an, mich anzukotzen! Das ist das Blick, das Kurse entsetzt! Marine! Habe ich Ihnen das Jammer erlaubt? Das Händler kaum an! Köpfe runter! Das Ding fängt wirklich an, mich anzukotzen! Marine, wir holen uns einen Skarin! Es ist hier drin, Sir! Hallo Marine! Wieso? Ja, ihr habt den Anlehnungen bei der Anheilung anfeiert! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Er bitte Erlaubnis zum Angriff. Negativ, Commander. Ich schicke zwei Proma für Abfangmanöver. Raumriss gleich vor dem Bug des Ziels. Es wird gleich springen, innerhalb der Stadt. Keine Zeit mehr, Sir. Grünes Licht, grünes Licht für Angriff. Schneller, näher ran da. Ma'am, ohne genaue Zielangabe? Wir dürfen es nicht verlieren.